Hallo zusammen, heute zeige ich euch von Yamaha die drei Storia Modelle. Storia 1, Storia 2, Storia 3. Storia 1 kommt mit einer massiven Fichtedeche, zarten Boden ist Mahagoni Holz. Storia 2, Storia 3 ist jeweils komplett aus Mahagoni. Dächer massiv, zarten Boden geschichtet. Alle drei kommen mit einem Tonabnehmersystem. Des Weiteren haben wir ebenfalls von Yamaha, Silent Gitarren, SLG200S und N, Steel String und Nylon Strings. Am besten kommen wir vorbei, überzüge ich mich selber. Bis zum nächsten Mal. Merci vielmals. Ciao zusammen. Mal. 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 Mal.